Ja, hallo, ich mache heute gar kein langes Intro, weil das macht uns das Video sinnlos. Die, die das drüben haben, Romans Videos öfter zu sehen, wissen, was käme. Die, die es nicht wissen, ans von Romans Videos anschauen. Wir stehen vor dem Tiefgaragenübersichtsplan des Europarks, sind somit in der Tiefgarage des Europarks. Der Grund ist, der Roman muss heute höchstpersönlich bei der hier ansässigen Wachstube einen Brief abholen. Schauen wir mal, ob das so ist oder ob es zu etwas anderem führt. Und wenn wir schon bei Brief sind, haben wir vorher noch eine kleine Postaktion und die werden wir jetzt gleich mal machen. Und werden uns nebenbei ja freuen an Unmaskierten und natürlich auch an vorauseinend Gehorsamen, die als Sauerstofffobiker wahrscheinlich auch heute wieder unterwegs sein werden. Hallo Freunde, grüß dich gut! Na ja genau, man muss ja dazu sagen, dass du an der Kamera bist. Die denken ja sonst, ich habe so eine Drohne neben mir, ich habe nicht selber gefüllt. Ja, die habe ich auch gefüllt. Ja, du hast ja so einen Staubsauger, weil die Drohne ist da zu teuer und ich verfolge die. Du hast die Kamera draufklebt mit Dixxu. Ein Staubsauger, kleiner Typ. Weil du drauf bist mit Dixxu bist, wenn wir gerade dabei sind, es vergeht ja kein Tag, an dem ein Schwurbler nicht schwurbelt. Das machen wir jetzt gleich mal, weil es wurscht ist. So, irgendwer hat ja mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut das. Erich Gästner. Wir sind bildungsfern. Roman, du darfst nicht sowas sagen. Bildungsferner. Kannst du das mal ganz kurz mit Schwurbler tauschen? Wir haben da wieder den üblichen Text. Roman hat ihn ja schon mehrfach geteilt. Aber es gibt ja immer noch Leute, die ihn noch nicht gelesen haben. Und nachdem der Europark ja quasi ein Quell mit Rentschness ist, leben wir ihn hier ordnungsgemäß ohne Schaden anzurichten. Einmal mehr. Mit leicht entfernbaren. Ein bisschen unbedenklich. Mal am Herbst. So, danke schön. Heute weiter. Auf der Volksleiter. Nein, ich hätte gesagt, auf die Volksleiter. Das geht auch auf alle Fälle aufhören. So. Entschuldigung. In Zeiten der E-Mobilität. In Zeiten der E-Mobilität gibt es nämlich auch Leute, die bleiben auf einer Rolltreppe. Einfach nur, weil sie sich von sich aus bewegen. Einfach einmal stehen. Auf derselben zu gehen wäre ja eventuell eine Form von Energieverschwendung. Und da würde man ja dann eventuell Putin in die Hände arbeiten oder so. Keine Ahnung. Egal. Wir haben es ein bisschen heilig. Deswegen stehen wir nicht auf der Rolltreppe, sondern haben da einfach überholt und sind mal wieder am Weg zur Lieblingspost. Aber ich stelle mit Freuden fest, wir haben bis jetzt noch keine große Maskerade hier erlebt. Noch nicht, noch nicht. Nein, das war schon alles lieber. Ja, ja. Ich bin beeindruckt. Ich glaube, der hat die Hitzeschlacht dahin gerauft. Das kann natürlich auch sein. So. Bevor wir zur Post gehen, machen wir die selbe Aktion nochmal kurz da draußen. In der Hoffnung, dass es irgendwann Leute gibt, die das nachahmen. Es ist nämlich nicht nur Romans und meine Aufgabe, einzig und allein, die Welt zu verbessern. Ich darf dir das nochmal anvertrauen. Das Traurige ist, dass Papier zwar geduldig, aber nicht selbst verrigierend ist. Also inzwischen sind wir da bei 850 Tagen, die wir inzwischen überschritten haben. Aber, wie gesagt, den Text jedes Mal zu aktualisieren, wäre hier ein bisschen anstrengend. Und nachdem 800 Tage Irrsinn ja auch genug sind, machen wir das halt einfach so. So. Ich danke. Ich danke. Und heute weiter. Warte, ist da keine Antwort. Sonst stoppen wir da wieder die Rotation der Drehtür. Da geht es jetzt zu wie im ewigen Leben. Das habe ich befürchtet. Ja, während es da so zögert, machen wir mal die Schwunertasche auf. Und holen die Schätze raus. Nachdem Zigaretten im Knast Zahlungswahl sind, und man bei dir ja jeden Tag damit rechnen muss, dass man die ersperrt, haben wir da mal ein bisschen Zahlungswahl. Danke dir. Ja, so kann man auch das Bargeld abschaffen. So, da hast du, schaut sich das an, wie viele Briefe der Elvis da in eigenen angefertigt hat, zugeklebt hat, die Bockge verbraucht hat. Nein, 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 nein. Also ich muss dich da jetzt korrigieren. Grundlegend sind das nicht viel, sondern grundlegend sind das zu wenige. Aber immerhin, es sind von verschiedenen Personen, eins, zwei, drei, 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 acht an der Zahl, verschiedene Schreiben an mein Bezirk, an den Magister Dr. Brunner, an die Freiheitliche Partei, genau genommen an die Malene Swatzek, und an ServusTV, an den Herrn Amara. Man kann in deinem Video sehen, wie es eigentlich funktionieren hätten sollen. Das haben auch einige Leute gesehen, falls man dich heute nicht gleich einspielen, werden wir uns anschauen, wie viele, und werden das nochmal verlinken. Tatsache ist allerdings, dass ich davon ausgegangen bin, dass Schwurbler heute, außer einmal die Wochen auf Andalemkreis drogen, eh nicht wirklich viel machen. Und deswegen habe ich mir erlaubt, da ein bisschen vorab diese Texte auszudrucken, und beim letzten Sonntagsspaziergang mitzunehmen. Und habe mir die Mühe gemacht, unseren wackeren Mitstreiter, an dieser Stelle der Roland von den Halleinern, lässt dich ganz lieb grüßen. Habe ich hiermit medial auch offiziell gemacht. Freut sich, wenn du mal wieder in Hallein mit mir aufschlägst. Ich habe schon gesagt, im Moment haben wir viel um die einen. Der hat sich das natürlich auch nicht nehmen lassen, da Briefe zu unterschreiben. Jedenfalls, die werden wir jetzt ordnungsgemäß aufgeben. Und vielleicht finden sich ja dann doch ein paar, die das, ohne dass ich es ihnen ausdrucke, das Kuvert mitbringe und erkläre, was zu tun ist, auch in Eigenregie schaffen, einfach zu beweisen, dass sie mündige Bürger sind. Grüß Sie. Hallo Roland, danke für diese tollen Grüße. Ich habe dich letztens auf dem Video gesehen, dass du in Salzburg, bei Salzburg-Wachtauft, mitgespaziert bist. Hat mich gefreut, die mal dort zu sehen, auch wenn ich selbst nicht dabei war. Ich war leider verhindert. Aber wir werden uns sicher bald wieder sehen. Aber danke für die Anteilnahme. Ja. Dann haben wir es aufgeweckt. Ich wollte gerade sagen, wie man gesehen hat, Sauerstoff-Hobiker 1, Sauerstoff-Hobiker 2. Wie man es weiter sieht, ich habe mir eine Rechnung geben lassen, damit die Leute auch sehen, warum da immer so lustig um Geld gebeten wird zu deiner Unterstützung. weil deine Fixkosten getragen werden müssen, während du in Haft bist. Die MFG hat da gerade eine tolle Aktion. Da werden wir später noch darauf zurückkommen. Außer so sperren die jetzt da gleich ein. Wir haben jedenfalls heute zum Occasionspreis von 31 Euro erneut Kuverts gekauft, weil ich mir wieder die Mühe antun werde, all jenen, die es nicht schaffen, nach Romans Videoanleitung selbst einen Brief abzuschicken, das nächste Mal wieder welche ausgedruckt mitzunehmen. Und ja, deswegen haben wir wieder Kuvert gekauft. Und wir haben in weiterer Folge da jetzt einmal die Rechnung, dass das teuer war. Jetzt gehen wir mal zu den Pops, damit wir wissen, ob es eine heimtückische List ist oder ob der Roman wirklich nur bei einem einzigen Beamten, der einen Brief abholen kann. Und dann gehen wir später, wenn es uns nochmal zur Post. Eigentlich hast du es ja so gut und so schön am Ende gemacht, da wird die Rechnung, aber die stimmt da so auch nicht mehr ganz, gell? Ja, wo müssen wir da jetzt hin, wo sind die? An dem obersten Stockwerk, gleich neben dem Buchgeschäft. Neben am Toilier? Ja. Beinahe neben, ich glaube dazwischen ist noch ein anderer Laden auch, weil es ist so direkt hier, wo jetzt sind sie auch da sitzen. Neben den Toiletten sind wir so, wo es am allerbesten passt. Also wenns in Europark zur Polizei wollt, gleich rechts nehmen wir ein Klo. Ja, da haben wir wieder das Modell Rolltreppe, nur keinen Schritt zu viel machen, weil die Treppe rollt eh. Ja, früher durfte man nicht schneller als das Licht sein, weil sonst die Masse sich unendlich erweitert. Dieses Mal sind wir ein bisschen noch weiter runtergegangen, man darf nicht schneller als eine Rolltreppe sein. Aber man sieht, der Brainfark funktioniert, da waren die nächsten Sauerstoffphobiker gerade aus, stellt wieder einer. Also man braucht eigentlich gar keine Verordnungen mehr machen. Das Volk steht drauf, sich die Freiheit zu atmen oder die Freiheit im Generell nehmen zu lassen. Also noch einmal zur Erinnerung, die Polizei ist gleich, rechts nehmen wir ein Klo. So. 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 Trotz alledem, dass ich jetzt noch ein bisschen rausmarschieren kann. Aber, ich muss da kurz ins Wort fallen, wir haben jetzt gemeinsam sicher aus der Krise Verschwörungstheorien eine Gefahr für die Gesellschaft, kostenloser Infofolder, es soll nicht sagen, dein Freund und Herr verdurt nichts für dich. Und wir haben irgendwas über das Polizeisportmagazin, habe ich recht spannend gefunden, weil der Beamte, der den Roman jetzt darauf hingewiesen hat, dass er bis morgen 17 Uhr sein Geld zu zahlen hat, weil er sonst abgeholt wird, weil die Cops nämlich, oh, man würde es in einem Land, in dem er Meldepflicht ist, gar nicht glauben, wissen, wo er daheim ist, nicht schlecht, der sah gar nicht so sportlich aus. Sei es wie es sei, wir sind jetzt also hochoffiziell mit bösem, mahnendem Blick darauf hingewiesen worden, dass der Roman zu zahlen hat. Und ja, wir gehen jetzt in Anbetracht dieser erschreckenden Neuigkeiten einfach nochmal zur Post. Da haben wir nämlich nur ein bisschen was zu erledigen. Also, es ist einmal so ein kleines Experiment, falls man euch erwischt, und das will ich trotzdem nicht zahlen, aber auch nicht freiwillig euch abführen lassen. Es hat jetzt drei Wochen gedauert, nachdem ich mich selbstständig melden hätte müssen im Buch-Urstein im Gefängnis, dass ich dann jetzt die Polizei eingeschalten habe. Ein bisschen getrickst hätten sie glauben sollen, dass sie getrickst hätten. Sie haben mich heute angerufen und gesagt, ich muss auch Schreiben vom Gericht abholen. Mehrers haben sie nicht gesagt. Ich habe eh schon geernt, dass es um das geht. Aber zumindest dann hat der Trainer dann behauptet, er wird mich jetzt sofort mitnehmen, wenn ich nicht gleich zahle. Ich habe uns am einen Tag mehr rausgeschlagen, damit ich das Video jetzt noch veröffentlichen kann. Und dann werden sie mich selber abholen, schätze ich einmal. So, haben wir einen Europar? Nein, noch nicht ganz, wie es ausschaut. Haben wir noch nicht. Schaut einmal, was da wieder populistisch verbreitet wird. Also, wenn Sie auf einer Schacht haben, was da wieder zu真的 sind. Dann geht es compens полigiert hin, wie es schwer alles läuft, wir wissen, wie es nun viel ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank憲nis für Sieg. Ich habe den Polizisten erwähnt, gleich mitnehmen kann er mich nicht, weil ich habe zu Hause noch einige Sachen abzuschalten und zu regeln, damit das nicht ewig durchlauft. Er hat mich gefragt, ob ich vielleicht Tiere habe. Das habe ich nur lapidar beantwortet, also nicht richtig. Hat vielleicht auch geholfen, dass ich mich nicht gleich mitgenommen habe. Ich glaube, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, wenn man eine Vertrauensperson zu solchen Terminen mitnimmt. Ganz genau. Das ist mal wieder der Grund, warum ich mal wieder mit bin. Lustig war, er hat gefragt, ob er mein Leibwächter ist. Na ja, die wissen halt auch schon, dass man heutzutage vielleicht Schutz vor der Exekutive braucht. Bedenklich. Ja. Sei es wie es sei. Elvis und mir ist eine Gerichtsverhandlung zum zweiten Mal untersagt worden. Mir ist ein Rechtsbeistand untersagt worden. Moment, da muss ich korrigieren. Ich habe das schriftlich noch nicht erhalten. Wirst du aber kriegen, wenn ich es auch klappt habe. Ich wollte gerade sagen, ich gehe davon aus, dass es natürlich in den nächsten Tagen kommen wird. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht, also will ich das noch nicht so bestätigen. Vielleicht schafft es der Rechtsstaat ja ein und dieselbe Beschwerde bei zwei verschiedenen Personen verschieden zu behandeln. Was ich noch hinaus will. Ich, der Schwerverbrecher, der ohne Maske und der freien Himmel gegangen ist, ist natürlich gefährlicher als wie ein besagter Butsche, der mit Eiern aufs große Höhe auf uns geworfen hatte. Es hätte Böses auch gehen können, zur Blindung führen. Aber da habe ich jetzt auch von Staatsanwalt das Schreiben gekriegt, dass das Verfahren eingestellt wurde. Die haben einfach mehr Kohle. Die können es sich leisten, einen Richter oder einen Staatsanwalt zu beschwichtigen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ich weiß nicht genau, warum das eingestellt wurde. Es wurde nicht viel in den Schreiben erwähnt, außer nur, dass das Verfahren eingestellt wurde. Also schwere Körperverletzungsversuche, ja, das ist ein Kavaliersdelikt, das braucht man nicht nachahnden. Unter freien Himmel ohne Maske zu gehen, das muss zur Gefängnisstrafe führen. Du drückst was aus? Man muss dazu sagen, bevor wir da zum Ausdrucken kommen, das ist in Deutschland, also in jenem dummen Nachbarland, in dem es minder gut ausschaut als bei uns, oder zumindest nie wirklich besser. Nein, ich hätte einmal gesagt nicht besser. Eigentlich führen wir das Ranking der idiotischen Länder an. dass dort ein, man schätzt, in auch 16, Daten sind keine gesichert vorhanden, eine Elfjährige missbraucht hat. Ich wiederhole das nochmal, damit das auch gut in die Kamera kommt. Eine Elfjährige. Und der gute Mann hat außer einer Bewährungsstrafe nichts weiter ausgefasst, oder weitere Repressalien zu erwarten. Da ist es dann schon schön, dass der Roman eingesperrt wird. Alle, die das nachsehen wollen, können das am Kanal von Gerwin Lovrecki machen. Der hat sich mit einem Beitrag der Sache gewidmet. Ich habe da noch ein ähnliches anderes Beispiel. Vor einem halben Jahr war ich auf derselben Polizeistation, weil ich eine betrügerische Bande an der Cover aufgedeckt habe. Ich habe sie so weit gebracht, dass sie eine Reconta-Nummer preisgegeben haben, wo man dann dieses Geld übertragen soll. Weil es ging darum, dass sie mir ein großes Erbe angeboten haben. Weil eine besagte Dame, Millionärin, die Geschäfte in Öl gemacht hat, nun im Sterben liegt, in dem Krankenhaus liegt. Die ganz allgemeine Masche, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die schreiben dann zurück, wenn man das Geld haben will, und sich bei Geld beweisen für den Postweg etc. etc. Ja, ich habe alle Daten gesammelt, damit man sich nur noch Dingfest machen braucht. Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen und es ist nichts geschehen. Ich kann es stören, man kann den einfach rausziehen ohne irgendwas oder was. Da kann man nichts beenden wie beim Computer. Ja, das ist ja nicht mein Gerät hier. Ist halt natürlich für einen USB-Stick keine gute Sache, weil es dann zu kleinen Entladungen kommt. Aber naja, was kostet die Welt? Ja, weil es tut was nicht. Kleine Entladungen, das haben wir eigentlich gemessen. So. Jetzt sind wir beim Scannen. Ja, aber das Tolle ist, wir haben gescannt. Ich habe es jetzt als Kopie hingekriegt. Ich habe es jetzt als Kopie hingekriegt. Wie wäre ich das Gefühl nicht da? Dass der Kopierer einmal mehr noch nicht verstanden hat. Das ist echt ein bisschen eine Dreckskastel, habe ich das schon mal gesagt? Ja, da gibt es ein paar Videos dafür. Gut. 40 Cent, okay. Druck kostet jetzt 30, oder? Ja, ich will, aber... Kopieren ist das Grunde eh dasselbe, ich schätze. Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch eine qualifizierte Hilfe suchen. Und wo ist das Druck gehabt? Das Home-Menü. Ah. Das habe ich zuerst aber eigentlich auch schon einmal gemacht. So, Schwarz, 100 Prozent. Eine Kopie. Wir haben da jetzt 40 Cent. Ah. Ich hätte ihn fragen gesehen, ob er eine Zahnbürste mitnehmen würde, oder ob das als Waffe gilt. Du kannst ganz entspannt sein, weil du wirst morgen mit dem Herrn wieder telefonieren. Nachdem er uns ja nicht beantworten konnte, ob eine Ratenzahlung möglich ist, werden wir natürlich jetzt mal an den Herrn Rath, wie er das bemerkt hat, schreiben. Und werden noch einmal eine Ratenzahlung ansuchen. Und dann werden wir sehen, was da als Antwort kommt. In Österreich ist es nämlich gültiges Recht, dass sobald ein Zahlungswille gezeigt ist... Ja, das ist ja abgelaufen, dieser Akt. Es ging es ja nur noch um die Vollstreckung, weil ich die Ratenzahlung vorher schon abgelehnt habe. Verstehst du? Ebenso wie eben die Sozialleistungen. So, wir haben Kopien, wir sind jetzt einmal wieder da hin. Der Roman macht dann wieder einen Einstieg, wenn es wieder spannend wird. Gatt! Noch die Supermärkte. Ja, bekanntlich. Ein Quell vieler Menschen sind, die sich das tägliche Leben knapp, aber doch noch leisten können. Machen wir da. Zur kleinen Nachrahmung in Fuln. Auch nochmal so einen netten Zettel hin. Wir haben da jetzt theoretisch unser Informationsauftrag erledigt. Wir können dann jetzt heiter reinladen zum Shopping. So. Wir brauchen kalte Bekränke. Schaut aus, längst. Machst du wieder so ein komisches Wassermelonen, oder? Ja, das war ganz gut. Lass ich dir nochmal kosten, damit es auch schon geschmackt kann. Nein. Ist nicht so süß, du weißt. Ja. Ja, in allen Geschmacksrichtungen nur wie der Nedim. Boah, das ist echt ein bisschen anstrengend. Ja, nein, wir müssen wieder in einen anderen Laden fahren, weil... Siehst du das? Da haben auch wieder Nüsse. Nein, das ist, vergiss es. Sie verkauft schon wieder Antifrostklassen. Nachdem wir die Habe der Klima erwärmen haben, das ist so. Da haben wir ja keine Autos dafür. Ja. 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 Die haben letztens ein Video geschaut, schätze, oder? Ja. 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 博ier 3000 Ja. Ja, das muss vorher... Vielen Dank.